oh man warte mal was macht die sticker lächer wenn sie sinkt macht die nicht auch irgendwas zusätzliche dollar ich hab 17 dollar 60 ich brauche nur was zu essen ich hab mal aufzug gefunden das ist sehr schön ich will mal dass die alte sind Platz da gehen die Gegner kaputt ach das ist ja praktisch damit kann man die Gegner kaputt machen dann ist die ganze zeit mit uns sinkt was ja dann die olle mit dem blöden kinder wachen hau ab oh ich habe es teil gefunden lebendig hinkommen das ist die frage ich bin weg ich sammle teil ein ja sehr unpraktisches timing ich hab dich gewarnt ja aber ich bin schon am dancen ja super habe ich jetzt bezahlt dafür dass ich dancen darf andere spieler können jetzt von trans spiel mitmachen aha wollen wir mal deinen zauberaufzicht da unten testen hm hmm skunde ich dachte schon ich fall jetzt runter so viel hat sich echt gelohnt da bei den nomads dann sie nein ich will gar nicht tanzen ich wollte ich wollte die parkour machen ne die parkour ist das ding da musst du geld einwerfen ach so na toll ja ja komm mach was was habe ich jetzt alles gut man weiß es nicht ich bin so in den nein ich hab neun ich bin zu den wow sektor reingerutscht war wohl ganz gut diesmal ich wollte mal aufzug ja ich hoffe ich komme auch irgendwann mal hin wir dürfen jetzt eh gleich wieder flüchten oder natürlich es wäre zu einfach gewesen gut dass du es gesagt dass ich das wahrscheinlich drauf geachtet warum wackeln die eigentlich die ganzen bäume hä mir tun sie das nicht da hier da oben ist eine uhr da kannst du mal dran oh da ist doch ein aufzug oh gott unten klingt nach super auch man sie mir doch verarschen hoch was ist das denn was macht die türen gelangert durch eine geheime sitzen gehören ja ich bin gerade irgendwie auf dem planeten sehr sehr lila ach das könnte eventuell sein oder ist ein teil da oben kleinbar scheinbar ok oder irgendwas ist da oben also wenn man das damals das sega durchspiel hat das spiel dann ist nämlich auf dem heimatplanen von dem wieder gekommen das war nämlich auch alles lila vielleicht bist du da ja quasi zuckerstange geschenke fast jeder baum hat irgendwas das ist voll geil da die sind total lieb zu mir und alle die umarmen mich gibt mir kuchen die dinge an die ich schüttel die 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 singen wenn lied ich glaube ich lass gar keine geschwinkungen sind ja ein erdling genau wurzelbier geschenk reparieren ok da ist ein sehr besonderer aufzug ach das ist nur so ein so ein weiser mann das ist sehr gut also mein geschenk reparieren ist auch kaputt ja ich steig mal in diesen komischen blauen aufzug grünen aufzug der krisen aufzug wahrscheinlich bringt es mich jetzt wieder zurück oder das ist ein raketen aufzug ja das sehe ich schon ich bin wieder da schön dann kommen wir ja jetzt in den aufzug ich dachte er bleibt da ja ich kann ich hin war voll schön hätte es mal mitkommen sollen ich glaube der aufzug ist nur geeignet für eine person scheinbar ist das so also ich warte auch in dem anderen aufzug auf auf und davon wir haben ja schon fast alle teile ne ich glaube wir haben jetzt 5 oder 6 teile schon das ist die hälfte das ist fast alles ok das glas ist halt voll einigen waren es drauf ach so das ist ach so das ist wieder so ein das ist ne größere welt oh gott pokémon Drohne oh 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 hmm kugerstange oh da ist wieder ne parkuhr ha ein fliegendes geschenk huch was ist das eine tür ich habe eine tür oh cool wo bin ich denn jetzt da ah ok ich bin jetzt auch mal irgendwo rein auf der map aufgetaucht ha hab nen aufzug sehr schön wow ich komme jetzt hat der mich da was ist das ach so diese komische kredite kommen auch an weg du geschenke yogi oh nein oh nein oh gott das sind viel zu viele Leute hier oh gang gang finde ich gut weg da weg da weg da äh warte mal ich kann dich heilen glaube ich wie man freund halten so hä äh wie hast du jetzt gemacht tot tot vielleicht hab ich ein geschenk geöffnet das verbrennen hieß ah super tot wie du bist gestorben was bist du für ein loop sie ja gut mit feuer war ich jetzt vielleicht irgendwie irgendwie nicht so äh scht das hat mich jetzt ein bisschen das ich heil dich und du verbrennst mich ja es geht mit dir ab oh god ja das ist denn alles kaputt ich fang mal auf einmal auf einmal Feuer her Ach, geh weg, du blöde... Du sabotierst mich, wo du nur kannst, ja. Das war keine... Es war ein Sprachezeichen. Ich wusste doch nicht, was das Geschenk macht. Ja, 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 ja. Du willst das Spiel ein drittes Mal spielen, gell? Ja, ganz bestimmt. Ach komm, geh weg mit deinem Einkaufswagen da. Hä? Oh, shit. Du bist jetzt in einem Teleporter-Teleportiert und... Nee, ja, nee, nee, geh mal raus. Wißt du, bin ich du und du bist nicht... Hallo? Und ich hab nur noch zwei Leben? Du bist ja voll der Nub, ich hab vier. Ach komm, Mann. Ich will doch jetzt mal wieder ein Charakter spielen. Oh Gott, ich hasse nicht. Geht das irgendwann wieder aus? Ich hab keine Ahnung. Nee, du bist zumindest mal auf dem Schild links ist da nix. Oh, come on, ernsthaft jetzt, so. Ach, jetzt bin ich doch wieder ich. Was? Du hast mich jetzt gerade in den Stinkelkäse reingeführt? Du bist ein Arsch, ganz ehrlich, ey. Hab ich das gewusst, dann hätte ich dich getötet. Autsch. Aber ich hab keinen Sound mehr. Ja, ich glaub auch nicht. Wurzelbier ist kaputt. Geschenk verdoppeln. Ah, was hab ich denn noch da? Mach mal das hier auf. Maxi-Zufalls-Generator. Okay. Meine ganzen Geschenke sind jetzt alle wieder... Ähm. Vielleicht kommt es beim nächsten Level dann wieder. Hoffe ich jetzt mal. Äh, ja, ich bin tot. Ne? Ich sterb gleich. Ja, witzig. Also ich bin im Aufzug, nö, da passt alles. Kommst du? Äh. Ja, ich probier's. Oh Gott, oh Gott, oh. Your Lady! Your Lady! Das hört sich auf jeden Fall an, das kann's... Oh, shit. Der gefällt mir nicht. Nein, die Kuh, geh weg, geh weg, du Kuh! Ich will doch da gar nicht. Ich brauch was zu fordern, ganz, ganz dringend. Oh, oh, oh. Äh! Ja, gut. Leben futsch. Tja. Ah, können wir mal... Können wir mal bitte... Ja, da wäre jetzt was zu vorn gewesen. Ja, klar. Can't catch me! Can't catch me! Can't catch me! Can't catch me! Ich glaube, wir müssen oben irgendwas finden. Ja, wahrscheinlich sind wir nach Hause gegangen. Au! Oh, ohne Sound ist es aber sehr strange. Ja. Oh! Ah, ich hab' gegangen. Da ist der Aufzug. Ich mach' hier mal alle Büsche sauber. Ach nein. Ja, Zahnarztfall runter, genau. Ey, wir haben wieder Musik! Hä? Ich nicht. Echt? Äh... Ach komm, Leute, warum verfolgt ihr mich denn so krass? Na komm, Sonnenblumen, Sonnenblumen? Oh! Ich nix sound. Oh! Fuck! Was denn? Ich hab Raketenschuhe aufgemacht. Das ist doch schön! Ja, es hat mich direkt nach unten teleportiert. Oh Gott, komm ich in den Aufzug? Ja. Ich komm wieder nach oben. Wui, wui, wui. Ich da auch nochmal noch keine Schuhe? Oh shit. Ah. So, wir sind der Weg, da ist der Weg, da ist der Weg. Wuuuuhhhhhh. Okay, dann auch kurz. Okay, dann auch kurz. Wuuuhhh. Das ist ja der richtige, hast du gut gemacht. Ja, bei mir ist der Sound aber trotzdem immer noch weg. Hey, ich hörte die Seltsammermusik an. Hm. Hm. Ja, ich hör gar nichts. Hm. Und wenn ich doch jetzt rausjoin und auch mal reinjoin, dann müsste doch eigentlich... Ich würd bei dir sein. Ja, könntest du. Aber ich weiß nicht, ob du dann, äh, dein Levels und so weiter alle verlierst. Ja, das ist... Ja, genau. Eiswagen auch noch. Oh. Ja, super. Okay. Ich glaub, das Spiel beenden wir nicht. Weil... Gott, schon wieder ein Leben verloren. Ich versuch noch mal nachzujonen. Ja, super. Na komm, du kriegst mich dann früher echt gleich erstmal raus. Ah, der Sound ist schon mal wieder da. Haha. Mach's dann. Ich komme. Da steckt doch bei mir, du hast das Spiel erstmal verlassen. Jaja, ich wähl ja gerade den Charakter aus. Wahrscheinlich nur noch ein Leben und eine halbe Energieleiste. Ja, ich hab den Eiswagen kaputt gemacht. Mit der... mit der Single Lady da. Ich bin wieder da. Ich hab Ruby Man macht auch. Schön. Komm, mach die Einkaufs-Lady auch noch weg da. Sehr schön, das haben wir hier mal freien Weg. Oh shit. Oh nein. Die ist echt praktisch. Ach jetzt hört's auf. Achtung, das ist ein Böser, ne? Ich weiß. Der hat mich schon erwischt. Der hat mich schon erwischt, die Sau. Ach so. Ach so. Ich hab sogar noch die ganzen Dollars und alles. Das ist nicht viel Eingang. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich war mir mal einen Kuchen da. You're Lady, you're Lady! Ja, das ist der richtige, Gott sei Dank. Welches Level hatten wir letztes Mal? Ich glaube 15, dann waren wir fällig, ne? Ne, ich glaube 21, oder? Echt? Oh Scheiße, wir haben so lange gespielt. Ich bin immer wieder faszinierend, welche ekelhaften Farbkombinationen die sich noch aussuchen konnten. Telefon! So, hier ist wieder so ein Raumschiffteil. Irgendwo. Oh Gott, aber das... Hier ist ein Aufzug. Okay. Geh weg du Arschkobold! Was hab ich denn zu einem Geschenk? Guck mal, was ich mache. Ups! Was machst du hier? Ja, ich hab dein Geschenk aufgemacht. Ich komm zu dir, sozusagen. Nein! Oh, ey! Okay. Och ne, komm, geh weg da! Ja, ey, wenn er mich mit einem Hit fast weg macht. Ja, genau. Ist mir auch grad gegangen. So, komm. Jetzt zing ich euch mal alle kaputt hier. Extra Leben! Das war keine gute Idee. Ja, ich hab eins verloren wieder. Och, come on. Ernsthaft. Jetzt hab mir noch eins. Was? Ja. Scheiße! Ach nein, nicht schon wieder! Oh nein! Warum machst du nur noch ein Leben? Hä? Ich hab vier! Ja, ich hab vier! Ja, ich hab vier! Ein findes Geschenk? Ja, geh mir den sorgsam um! Ach, jetzt hab ich... Ach, jedes Mal, wenn getauscht wird, ist die Musik weg! Was für'n Rotz! Toll! Huch! Nein! Ja, genau! Ey, was hast du jetzt gemacht? Na, super! Ich bin nur lang gelaufen! Ich kann doch auch nix dazu! Und außerdem muss ich mich nochmal auslocken! Ey, es ist nervig! Mach doch nur noch so komische Geschenke auf, ne? Das ist besser für uns beide! Hey, du musst fein mehr Geschenke aufmachen! Jetzt mach ich Geschenke auf jetzt auch wieder nicht richtig! Was ist das, ja? Das Blöde ist halt, dass er dann automatisch die Geschenke auch sofort annimmt! Anstatt, dass man mal reingucken kann erst! Ja! So, ich joine wieder! Bleib auch! Na, super! So! Ich bin breit für einen Aufstieg! Naja, ich hab' noch vier Leben, ist alles gut! Ja, Ragnus! Ach, weißt du, wenn du drauf gehst, dann würde ich dir sogar ein Leben abgeben, hm? Das ist doch was! Ach, das ist ja wohl das Mindeste! Nach dem, was du mit mir besser angestellt hast! Weißt du? Deine fuckige Selbstverständlichkeit! Das ist nicht sehr schön! Oh, ich kann noch ein Level aufsteigen, seh' ich grad! Ah, ich seh' das, ich, 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 ich seh' Teil! Woah! Das ist schlimm! Ich schau' jetzt erstmal wieder nach oben! Bist du runtergefallen? Woah! Ja, natürlich! Weil, als wir zurückgetauscht haben, standest du direkt neben dem Wirbelsturm, der hat mich instant erfasst und mich runtergeworfen! Ach, stimmt! Von dem bin ich geflohen! Wieso blinke ich jetzt? Ich hab' keine Ahnung, ich hab' grad'n Teil eingesammelt! Ach so, okay! Und ich war nicht auf dem Sendenblatt? Ah, okay! Ja, aber jetzt hängt das Spiel über mir! Och, Leute! Ich hab' jetzt dieses Bild vor mir mit dem Raumschiff, das Teil, was dazugekommen ist, aber ich kann nichts mehr machen! Ich kann jetzt GAR nichts mehr machen! Super! Hä? Was ist das? Hä? Was ist das? Hä? Ach komm! Bist du tot? Nee! Nee! Super! Ich darf komplett mal aus dem Spiel raus! Es geht gar nichts! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Das ist keine gute Idee, was ich da mache, sehe ich grad! Hä? Hä? Ach, ich kann hier nochmal die Charakter wechseln! Das ist schön! Nö! Okay, ich mach'n kurzen Break! Ich bin gleich wieder da! So, wo ist denn jetzt der extra Leben? Oh, warte mal! Geschenk verdoppeln! So, wo ist denn extra Leben? So! Jetzt hab' ich zwei extra Leben! Ah! Drei extra Leben! Wuuuuh! Sieben Leben! Sieben! Acht! Zehn! So! Okay! Wüsste mal! Jetzt hab' ich auch wieder genug Leben erst mal! Lebensbeugenlänge bloß 1! Aha! Ach so! Was machst du denn an den Geschenken? Äh! Das hab' ich fallen lassen! Okay! Ähm! Wir brauchen jetzt den Aufzug, der ist oben rechts! Ah ja! Ach komm! Ich will doch, ich will doch da den Dings sagen! Okay! Wir machen erst mal den Lasse! Oh ja, dieses Geräusch wird mich auch in meinen Träumen verfolgen! Ah! Ich bin weg! Vermisst du schon, dass du keine Musik ran hast? Da bist du wieder! Und weg! Warum?! Hä? Und weg! W- vor allen Dingen cool ist auch immer wie die ach nee da bist du wieder ja ich quake vor mir hin ach so die können die jetzt in der Eingang 4,60€ das ist ja richtig gut belohnt worden ich bräuchte mal so einen weisen zum aufsteigen ach komm geh weg baby nein baby aus baby aus ach no ach come on was machst du jetzt stress geschenk auspacken oder was nein du hast meine ganzen geschenke gerade durch ich habe gar nichts gemacht oder was ist das baby ich habe nichts gemacht das baby ist die geschenke zufalls generiert das kann sein ich habe kein geschenk aufgemacht ja und wir brauchen einen teilen nächtliches teilelevel ach komm geh 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 das ist auch so ein böse das haben wir geschenke kauft da unten ne bei dir müsste ein aufzug sein wenn ich mir das so angucke oder der weißer mann oder das zeilen ja weiße mann wäre doch auch geil aber nicht genau in die falsche richtung das ist das ist ne da ist der weiße mann weiße mann ist da hu ich bin eine nuss das ist eine ganz tolle idee gefunden sind sie dann ernst oder das ist nicht ernst das spiel kackt schon wieder ab ich sammle keine teile mehr ein okay ich unterbreche meine aufnahme noch mal das wird ein geschnippel weisen mann habe ich zumindest gefunden wenn du da bist ja den habe ich schon so ich warte am aufzug achso wir haben das teil jetzt schon ja eben wir müssen durch die gegend suchen ja ja aber ich könnte höchstens noch mal was zu essen suchen oder ist ein zuckerstein und der kaufhaus kommt das war die kuh ach der pharao-typel der deckt ja die ganzen dinge auf was deckt der auf? schau mal auf zack der lässt sich die bäume wackeln für 2 dollar kannst du bei den ägypter da einkaufen und dann wackelt der an allen bäumen um dich rum ein träumische mhm 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 mhm